Sie ist eine der größten, wenn nicht sogar die größte Herausforderung, der wir Menschen uns aktuell zu stellen haben. Die Klimakrise. Die Folgen des Klimawandels schon jetzt unübersehbar. Wir müssen handeln, sofort. Aber wie? Und vor allem wer? Dieser und weiteren Fragen rund um das Thema Klimaschutz gehen wir in dieser Episode nach. Und damit Hallo zum Podcast Zukunft gerecht der Friedrich-Ebert-Stiftung. Ich bin Kerstin Pelster und nehme Sie mit auf eine spannende Reise durch die Welt der Fragen, Antworten und Vorschläge zu vielen Themenbereichen unserer Zukunft. Wie ist die Stimmung in unserem Land? Sind die Menschen in Deutschland angesichts der aktuellen Krisenstimmung überhaupt noch empfänglich für das Thema Klimaschutz? Das haben Rainer Faust und sein Team in der Studie Vertrauensfrage Klimaschutz der Friedrich-Ebert-Stiftung erforscht. Ja, also wir haben rausbekommen zum einen, dass das Thema tatsächlich eins ist, was den Leuten wichtiger ist, als man aktuell denken möchte, weil es ja auch ein bisschen im Hintergrund gerückt ist im letzten Jahr medial. Allerdings ist es tatsächlich so, dass es bei vielen Menschen tatsächlich immer noch eine ziemlich große Rolle spielt. Es wird außerdem auch gesehen, dass die Bundesregierung aktuell im Bereich Klimaschutz, dass die Anstrengungen der Bundesregierung als nicht ausreichend angesehen werden und dass man sich durchaus mehr Action wünscht in dem Bereich. Ziel der Studie ist es zu beleuchten, mit welcher Mehrheit in der Bevölkerung sich eine ambitionierte Klimapolitik tatsächlich umsetzen lässt. Dazu haben Faust und seine Kollegen untersucht, welche Bevölkerungsgruppen Einschränkungen in Kauf nehmen, um die sozial-ökologische Transformation mit voranzutreiben. Außerdem hinterfragen sie, wie akzeptiert Klimaschutzmaßnahmen in der Bevölkerung sind und wie die Problemlösungskompetenz der Regierung wahrgenommen wird. Für viele Bürgerinnen und Bürger geht es nämlich mittlerweile nicht mehr um das Ob, sondern vielmehr um das Wie und insbesondere, dass wie stark Klimaschutzmaßnahmen angewendet werden. Das mag jetzt ein bisschen überraschen, weil gerade im letzten Jahr ja ganz besonders viel Opposition war gegen das Thema. Die kam aber zum einen aus einer ganz bestimmten Richtung zum großen Teil, nämlich von denen, die wir als die Misstrauschen bezeichnen. Eine Gruppe, die etwa 25 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmacht und die sich kaum für Klimaschutzmaßnahmen gewinnen lässt. Es sei denn, sie kann selbst einen Nutzen daraus ziehen. Das sind jetzt nicht alles Menschen, die sagen, Klimawandel gibt es nicht. Es sind aber welche darunter, die das sagen. Also es gibt keinen oder aber er ist nicht menschengemacht. Viele davon sagen aber einfach auch, ja, das gibt es. Warum sollte aber Deutschland hier immer zuerst sein? Grundsätzlich, so zeigt die Studie, sind die meisten Menschen in Deutschland an einer effektiven Klimapolitik interessiert. Das gilt insbesondere für diejenigen, die in der Studie als progressive beziehungsweise klimaprogressive bezeichnet werden. Sie machen ein Drittel der Gesamtbevölkerung aus. Ihnen kann es in Sachen Klimaschutz gar nicht schnell genug gehen. Und auch die Mitte der Gesellschaft, sprich so um die 40 Prozent, ist für Klimaschutzmaßnahmen aktivierbar. Damit die Bürgerinnen und Bürger in Handlungen kommen, beziehungsweise geplante Maßnahmen aber zumindest akzeptieren, müssen diese aber transparent und nachvollziehbar sein. Mit Einzelmaßnahmen, die sich auch zum Teil widersprechen aus Sicht der Leute, können sie wenig anfangen. Es muss irgendwie in ein großes Ganzes eingefügt sein. Ja, man muss natürlich auch sehen, dass die meisten Leute sich nicht jeden Tag mit Politik beschäftigen, sondern ein paar Minuten pro Woche. Und dann muss das einfach ein stimmiges Bild ergeben. Das hat es aus Sicht der Leute in den letzten Jahren nicht immer. Das findet auch die Sprecherin von Fridays for Future, Daria Soto-Day. Für sie sind die Ergebnisse der Studie wenig überraschend. Natürlich freut sie sich darüber, dass der Klimaschutz bei so vielen Menschen noch im Bewusstsein ist. Gleichzeitig bemängelt sie aber, dass die Politik nicht schnell genug handelt, beziehungsweise bisherige Ergebnisse wenig greifbar sind. Wir sehen das ähnlich und weil natürlich auch seit Jahren die Situation ein bisschen diese ist, dass viele, viele Menschen die Klimakrise auf dem Schirm haben und als Krise und Bedrohung anerkennen und auch klar sagen, es braucht da politische Maßnahmen. Aber genau daran scheitert es. Und das ist ja auch am Ende das, was wir fordern. Unser Ziel ist, dass die Politik endlich entsprechend handelt, nämlich für die Menschen und auch so, wie die Menschen es sich wünschen. Wobei die Politik in den vergangenen Jahren durchaus Erfolge in Sachen Klimaschutz aufweisen konnte. Darauf verweist der SPD-Bundestagsabgeordnete Matthias Miersch. Gerade im Vergleich zur Politik der Großen Koalition, wo sich die Regierungsparteien in vielen der elementaren Bereiche überhaupt nicht verständigen konnten, hat das Thema seiner Ansicht nach mit der Ampelkoalition ordentlich Fahrt aufgenommen. Eines der Hauptergebnisse und Erfolge ist meines Erachtens der wirklich jetzt spürbar massive Ausbau der erneuerbaren Energien, indem wir ins Gesetz geschrieben haben, dieser Ausbau ist von überragendem öffentlichen Interesse. Das heißt, diese ganzen Abwägungen gegen Denkmalschutz und sowas können so jetzt nicht mehr stattfinden. Das heißt, die Erneuerbaren haben Vorfahrt. Wir haben das Wind-auf-Land-Gesetz gemacht, wo wir die Bundesländer verpflichten, bis 2030 bestimmte Flächen auszuweisen. Das heißt, da ist eine ganz neue Dynamik, die man jetzt auch spürt. Und das, dieses Spüren, das ist der große Unterschied. Bislang nämlich war Klimaschutz eher abstrakter Natur. Abstrakt sind alle für Klimaschutz. Und das ist das, was wir als Klimapolitiker ja auch überall immer wieder spüren. Wenn es dann konkret wird, dann sind die Ängste da. Und wir haben viele, viele Jahre Klimaschutz sehr abstrakt ja auch betrieben, indem wir für die Leute abstrakt, indem wir beispielsweise Kraftwerke umgestaltet haben, Industriebereiche aufgrund der Wiedervereinigung umgewandelt haben, ohne dass die Einzelne, der Einzelne es gespürt hat. Ganz anders aber verhält es sich, wenn Klimaschutzmaßnahmen Bereiche des alltäglichen Lebens tangieren. Wenn Klimaschutz nicht mehr nur das umgestaltete Kraftwerk ist oder das abstrakte Offshore-Windrad, hat, sondern die eigene Heizung und das eigene Mobilitätsverhalten betrifft. Dann kommt es zu Widerständen. Und dann misslingt der Politik, ihre selbstgesteckten Klimaziele fristgerecht zu erreichen. Und meine These ist, wir reißen sie, weil wir eben auch dort die Bereiche haben, wo die Auswirkungen jede und jeder unmittelbar spürt. Das Heizungsgesetz ist das erste Mal jetzt, wo wir den Gebäudebereich richtig angegangen haben. Und wir sehen jetzt oder wir haben gesehen, welche Debatten damit verbunden waren, weil auch, und das ist ja ein Aspekt auch der Studie, völlig falsch und schlecht kommuniziert worden ist am Anfang. In der Tat. Wenn wir uns an die Heizungsdebatte im vergangenen Jahr zurückerinnern, dann war das, was die Politik da kommuniziert hat, für viele Bürgerinnen und Bürger überhaupt nicht nachvollziehbar. Resumiert auch Meinungsforscher und Studieninsteller Rainer Faust. Das Heizungsgesetz letztes Jahr war einfach ein kommunikativer Super-GAU. Da ist ziemlich alles schiefgegangen, was bei so einer Initiative auch schiefgehen kann. Man war sehr schnell, ich sage jetzt mal, kommunikativ auf dem, ja im Hintertreffen und hat das kommunikative Heft des Handelns ganz woanders gehabt, nämlich bei der Gegenseite, bei den Misstrauischen und deren Medien. Und es war tatsächlich nicht mehr sinnvoll einzufangen danach. Und das hat tatsächlich auch in der Breite ziemlich viel Vertrauen zerstört. Vertrauen, dass sich die Parteien nun mühsam zurückerarbeiten müssen. Umso wichtiger sollte es ihnen eigentlich sein, den Menschen jetzt Orientierung zu geben. Und zwar sowohl durch Kommunikation als auch durch Handlung. Das ist aber bislang noch nicht gelungen, findet Daria Sotoday von Fridays for Future. Was wir aber gerade sehen, ist faktisch einmal, dass wichtige Maßnahmen, die klimagerecht sind, fasse ich das mal zusammen, zum Beispiel günstige ÖPNV-Tickets, zum Beispiel Klimageld, dass diese Sachen immer wieder in Frage gestellt werden, obwohl sie schon mal angekündigt wurden, dass sie sich verzögern. Und das vermittelt natürlich ein Bild von, naja, so wichtig ist uns das nicht. Und dementsprechend haben die Menschen dann auch mehr Angst vor Klimaschutzmaßnahmen, weil sie immer befürchten müssen, dass sie im gleichen Zuge nicht entlastet werden politisch und dann eben diese Kosten am stärksten zu tragen bekommen. Und in der Kommunikation ist es dann auch deshalb schwierig, weil der Grund, warum solche Sachen immer wieder in Frage gestellt werden, sind ja auch zwischenparteiliche Streitigkeiten in der Regierung. Weshalb die Politik aktuell auch ganz allgemein unter einem Vertrauensverlust leidet. Das, so sagt Rainer Faust, hat auch noch andere Gründe. Heißt aber auch, dass bis in die Mitte der Gesellschaft das Gefühl da ist, die Politik mache besser gar nichts, bevor sie etwas falsch macht. Und das ist ein Trend, den sehen wir so seit zwei, drei Jahren. Und das hilft natürlich dann bei einem Thema, wo eigentlich ja Aktivität notwendig wäre, um es nach vorne zu bringen und wo nicht nur, ich sage jetzt mal, Verwaltung notwendig ist. Das Status quo ist es natürlich dann ganz besonders schwierig. Dass in weiten Teilen der Bevölkerung Zweifel bestehen, ob die Politik die Klimakrise wirklich in den Griff bekommt, geht auch an Matthias Miersch nicht vorbei. Er spürt seit der Corona-Pandemie, wie die Gesellschaft immer weiter auseinanderdriftet. Eine Polarisierung, die er nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern wahrnimmt. Ich glaube, dass bei diesem Thema Vertrauen in die Politik auch Social Media eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Das ist eine der größten Herausforderungen für Demokratien jetzt, weil auch dort wird ja gerade zum Beispiel, es gibt keinen von Menschen gemachten Klimawandel oder was bringt es, wenn wir hier mit ein Prozent vorangehen und die Chinesen nicht. Also diese ganzen Narrative existieren ja da im Netz und die machen es auch in einer wirkungsvollen Klimaschutzpolitik nicht leicht. Aufgabe der Politik muss es sein, den Bürgerinnen und Bürgern einen stringenten Fahrplan vorzulegen und zu erklären, warum Anstrengungen für eine erfolgreiche Transformation zu einem klimafreundlichen Land notwendig sind und wohin die Reise in Deutschland geht. Damit entzieht sie nämlich antidemokratischen AkteurInnen gleichzeitig den Nährboden für deren Ideologie und kann damit verhindern, dass klimawandelskeptische und womöglich leugnende Positionen bzw. Desinformationen in breite Teile der Gesellschaft einsickern. Man kann, und beim Heizungsgesetz erlebe ich es in den letzten Wochen, dass wenn man es erklärt, die Leute durchaus mitgenommen werden können, zumal wenn wir sehen, dass 2045 das Ziel ist, klimaneutral zu leben tatsächlich, also zu heizen beispielsweise. Ein anderes Beispiel, wo wir, finde ich, hätten noch viel, viel mehr mitmachen können, ist das 49-Euro-Ticket im Verkehrsbereich, wo es also für viele, nicht für alle, gerade im ländlichen Raum nicht, aber für viele einen Mehrwert geben kann im Mobilitätssektor. Und das sind so für mich Schritte, wo wir als Politik beweisen müssen, auf der einen Seite erklären, kommunizieren, aber auf der anderen Seite auch durch konkrete Taten auch Dinge attraktiv zu machen, die dann das Neue abbilden. Attraktiv, das heißt für viele so, dass es mit dem eigenen Geldbeutel gut vereinbar ist. Denn klimapolitische Maßnahmen müssen, das ist ein weiteres Ergebnis der Studie, sozial verträglich sein. Klimaschutz muss auf jeden Fall abfedern, dass Menschen mit geringem und mittlerem Einkommen da ganz besonders drunter leiden. Das ist jetzt insbesondere nach der Gaskrise von vor zwei Jahren, die ja tatsächlich und der Inflation, die da aufgefolgt ist, die ja auch tatsächlich jetzt in Nachkriegsdeutschland eine ganz ungewöhnlich Ruhe war, spielt es nochmal eine ganz andere Rolle. Also alles, was aktuell kostet, ist tatsächlich mit Menschen mit niedrigem und mittleren Einkommen ganz schwierig nur zu verargumentieren. Dass in den Klimaschutz investiert werden muss, und zwar besser heute als morgen, das steht für den Großteil der Bevölkerung außer Frage. Unklar aber ist den meisten, wo das Geld herkommen soll. Sie haben Angst, dass die Klimakrise an sich, aber eben auch die Bekämpfung der Klimakrise am Ende auf ihren Schultern landet und dass sie quasi diese Last am stärksten tragen müssen. Und das ist verständlich. Das heißt, es braucht Ausgleichsmaßnahmen, es braucht Sachen wie das Klimageld, es braucht Umschulungsmaßnahmen, wenn Bereiche wegfallen oder Arbeitsplätze wegfallen. Genau, also sehr viel und gleichzeitig aber auch eine entsprechende Kommunikation, dass die Regierung das auf dem Schirm hat, dass ihr das wichtig ist und dass Menschen nicht ständig Angst haben, dass ihre Existenz gefährdet ist, wenn irgendwelche zwischenparteilichen Streitigkeiten anfallen. Und das sehen wir eben gerade auch in der Regierung, dass über jede Maßnahme dann doch wieder neu verhandelt wird. Und das ist eben auch so ein bisschen die Gefahr, diese ständige Unsicherheit und Sprunghaftigkeit. Klimaschutz kostet Geld, das ist Fakt. Besser ist es aber jetzt, in die Transformation zu investieren, sagt Sozialdemokrat Matthias Mirsch. Er befürwortet daher, jetzt einmal tief in die Tasche zu greifen. Bei den Investitionen widerspreche ich eindeutig all denen, die sagen, woher soll das Geld kommen? Denn wenn wir nichts tun, werden die Klimafolgen volkswirtschaftlich unter die Decke gehen. Und insofern gilt es eher, Folgekosten zu vermeiden. Das allerdings wird nur gelingen, wenn wir tatsächlich die Einzelne, den Einzelnen mitnehmen, indem wir auch fördern. Das heißt, wie wir es jetzt beim Heizungsgesetz gemacht haben, dass es auch ein Förderprogramm gibt, sodass keiner überfordert wird, wenn umgestiegen wird. Denn das oder werden muss. Denn das ist, glaube ich, bei vielen auch das Gefühl gewesen, so eine Ohnmacht. Jetzt soll ich mir eine neue Heizung anschaffen. Und woher soll ich das denn nehmen? Genau hier muss Politik nun mit gezielten Förderprogrammen nachlegen. Viele BürgerInnen sind nämlich durchaus bereit, in den Klimaschutz zu investieren. Ziel der Politik muss es also sein, mithilfe einer planvollen und klaren Kommunikation BürgerInnen aus mittleren und progressiven Segmenten zurückzugewinnen. Kommunikativ muss dazu der erste Aufschlag sitzen. Eine zweite Chance, ohne größeren Schaden anzurichten, gibt es nicht mehr. Wenn der Politik das gelingt, dann lassen sich sogar diejenigen aktivieren, die dem Klimaschutz sonst Misstrauisch gegenüberstehen. Wenn man denen sagt, du kannst Geld sparen, wenn du irgendwie ein Balkonkraftwerk hast und du kriegst es auch noch gefördert vom Staat, dann kann ich selbst Misstrauische dafür gewinnen. Also wenn ein instrumenteller Nutzen da ist, ist es super. Wenn es niedriger und mittlerer Einkommen belastet, ist es aktuell ein ganz heißes Eisen. Und dann muss auch ein Ausgleich relativ deutlich kommuniziert werden. Wobei Ausgleich im Sinne von einem Klimageld ist eine tolle Sache, wenn man es verstanden hat, ist aber keine Sache, die da draußen intuitiv den Leuten klar ist, was das eigentlich tut. Also das ist ein ganz dickes Brett zu bohren, kommunikativ. Aktuell haben die Menschen einfach große Angst, dass am Ende sie die Kosten tragen müssen. Die finanzielle Mehrbelastung aufgrund der Inflation ist ein Stressfaktor für weite Teile der Bevölkerung bis in die mittleren und höheren Einkommen rein. Lebenshaltungskosten, die steigen, Mieten, die steigen, das kann man nicht wegdiskutieren, sagt Rainer Faust. Was allerdings auch gesehen wird, wenn man mal ein bisschen in die Narrative reingeht, die man den Leuten irgendwie, ja, die man unters Volk bringen könnte, wird schon gesehen und ist auch angelegt in der Bevölkerung das Wissen, dass man im Grunde jetzt bei der Transformation mitmachen muss und die Wirtschaft zukunftsfähig machen muss, damit auch eben übermorgen noch die Arbeitsplätze da sind, die guten Arbeitsplätze der Zukunft. Die muss ich heute schaffen, sonst machen es andere. Wird ja auch zum Teil getan und es ist selbst eine Sache, die bei Teilen der Misstrauischen tatsächlich verstanden wird. In den progressiven Segmenten in der Mitte ist das ziemlich stark gesetzt schon. Also wer jetzt nichts macht, ist im Grunde übermorgen abgehängt. Neben der ökologischen muss Politik daher auch die soziale Dimension des Klimawandels in den Vordergrund stellen. Nur so können breite Teile der Bevölkerung mit und Ängste genommen werden. Deswegen wünscht sich Daria Sotode von Fridays for Future auch nicht nur Klimaschutz, sondern Klimagerechtigkeit. Und da haben wir auch einen breiten Maßnahmenkatalog von ausbauernheuerbarer Energien bis hin zur Verkehrswende. Das ist gerade auch so ein bisschen unser Fokus. Wir hatten jetzt die Kampagne Wir fahren zusammen, in der wir mit den Beschäftigten des ÖPNV, mit Bus- und BahnfahrerInnen, zusammengestreikt haben und zusammen Forderungen aufgestellt haben, dass der ÖPNV bis 1934 doppelt wird, dass einfach massiv investiert werden muss. Es muss vom Verkehrsministerium kommen, weil auch das ein sehr, sehr wichtiger Faktor ist für soziale Gerechtigkeit und Klima. Und in diese Richtung wollen wir weiter arbeiten. Wir wollen uns weiter vernetzen mit Menschen, auch vor allem mit verschiedenen arbeitenden Menschen, die vielleicht bisher noch nicht so dabei waren, was Klimaschutz angeht, und zeigen, dass wir im besten Fall zusammen auch das Beste für uns alle erreichen. In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass gute politische Kommunikation entscheidend ist, um die BürgerInnen mitzunehmen. Daher muss der Fokus ganz klar darauf liegen, klimapolitische Maßnahmen durchdacht und transparent zu kommunizieren. Außerdem können und müssen nicht alle von einer ambitionierten Klimapolitik überzeugt werden. Die Mitte der Gesellschaft und progressiv geprägte Segmente sind durchaus bereit, Klimaschutzmaßnahmen mitzutragen. Vor allem der Mitte muss die Effektivität und Notwendigkeit klimapolitischer Initiativen vermittelt werden, denn sie macht rund 40 Prozent der Bevölkerung aus. Für ArbeitnehmerInnen ist es wichtig, die wirtschaftliche Überlebensfähigkeit zu sichern. Dies ist vor allem mit Klimaschutz und Fortbildungsmaßnahmen in der Gegenwart zu erreichen, um die Arbeitsplätze der Zukunft zu sichern. Die Erhebungen der Studie Vertrauensfrage Klimaschutz haben gezeigt, dass die progressiven Segmente und die Mitte Verbote nicht gänzlich ausschließen. Allerdings muss in Verbotsfällen mit Gegenkampagnen und starkem Widerstand von dem Misstrauschen gerechnet werden. Daneben zeigt sich, politische Leerstellen müssen mit Leben gefüllt werden. Ein Klimaschutz, der die mittleren und progressiven Segmente mitnimmt, wird von BürgerInnen derzeit nicht wahrgenommen. Politik muss ihre langfristige Strategie, wie sie Deutschland bis 2045 klimaneutral machen will, mit den Menschen teilen. Und zwar so, dass jeder sie versteht. Meines Erachtens wird Klimaschutz, Energiewende nur gelingen, wenn wir einen investierenden Staat haben, der tatsächlich Härten vermeidet, der Brücken baut, gerade für die, die im mittleren Einkommenssegment sind, die nicht von Transferleistungen abhängig sind, die aber auch nicht so viel auf der Kante haben, dass sie irgendwie einen Invest stemmen können. Und natürlich die Infrastruktur, die von den Netzen angefangen auch staatlich aus meiner Sicht mitfinanziert werden muss. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer aktuellen Folge Zukunft gerecht, dem Podcast der Friedrich-Ebert-Stiftung. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und möchten Ihnen auch unseren Podcast Zukunft gerecht Talk empfehlen. Sie finden uns auf Spotify, Apple Podcast und allen bekannten Podcast-Plattformen.